Hallo, ich bin Mag. Angelika Emmerich-Potzmann. Egal, ob Sie gesundheitliche Probleme haben oder es gar nicht so weit kommen lassen wollen, bei uns sind Sie gut aufgehoben. Wie heißt es so schön? Für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Hier ist zum Beispiel Herr Huber. Seine Knieschmerzen machen ihm schwer zu schaffen. Doch statt starke Schmerzmittel zu nehmen, lindert er seine Beschwerden sanft mit unseren selbst hergestellten europäischen Kräutermischungen. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Für Babys und Kleinkinder haben wir eine natürliche Pflegelinie mit wertvollen ätherischen Ölen entwickelt. Und wenn es mal wo zwickt und zwackt, finden wir im Nu die geeignete Mischung aus europäischen Kräutern, die die Heilung unterstützt und Beschwerden sanft lindert. Deshalb, wenn Sie sich nicht ganz wohl fühlen, kommen Sie zu uns in die Kulmland-Apotheke. Wo es nötig ist, beraten wir Sie natürlich zu klassischen schulmedizinischen Medikamenten. Doch in vielen Fällen sind unsere heimischen Kräuter und Öle bestens geeignet, um sie in allen Lebenslagen zu unterstützen. Und das ganz ohne Nebenwirkungen. Mein Team und ich hören Ihnen zu, beraten Sie kompetent und helfen Ihnen, das richtige Mittel auszuwählen. Kommen Sie zu uns in die Kulmland-Apotheke. Wir informieren Sie gerne.